Sarah Goldstein war in gewisser Weise das letzte Bindeglied zwischen mir und meinem alten Leben. Sie war als Kollegin zur Bankrevision gekommen, kurz bevor alles zum Teufel ging und Paul ums Leben kam. Als ich im Knast landete, hatte sie mich zusammen mit unserem Chef Dr. Verwerder rausgeboxt. Beide hatten bei der Bank gekündigt und waren zu einer Versicherung gegangen. Beide hatten im Gegensatz zu mir einen nahtlosen Übergang gefunden. Und Sarah war, ohne mit der Bimper zu zucken, in Pauls Wohnung gezogen. Warum auch nicht? Sie stand schließlich leer. Aber ich hatte sie beinahe ein Jahr lang nicht besucht. Inzwischen ging's. Ich konnte mich dort aufhalten, sogar eine Nacht dort verbringen, ohne permanent an Paul zu denken. An den brennenden Wagen und sein Gesicht mit dem schiefen Brillengestell. Sarah hatte die Wohnung vollkommen verändert. Pauls eher fade Gemütlichkeit war wagemutigen Farbkombinationen und ihrem erlesenen Geschmack gewichen. Pauls kleines, mit Computerschrott vollgestopftes Arbeitszimmer, wo wir uns meistens aufgehalten hatten, wenn ich dort war, hatte jetzt eine Tapete mit blauen Schmetterlingen und ein Flugzeugmobilé am Fenster. Es war Tobias Zimmer, das er bewohnte, wenn Sarah ihn gelegentlich übers Wochenende aus seinem Behindertenheim holte. Als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, machte sie mir auf. Danke, Marc. Sie stand in der kleinen Diele, hatte die Arme gekreuzt und die Hände auf die Schultern gelegt. Sie trug eins von diesen Kleidern, die mich so mühelos in Hochstimmung versetzen konnten. Kurz und eng, aus dunkelblauem Leinen, das selbst an Tagen wie diesem kühl aussah. Ihre dunkelrote Löwenmähne war am Nacken zu einem lockeren Knoten aufgesteckt. Sie ließ sich nie ganz bändigen, aber ihre gesamte Erscheinung wirkte distinguiert, ein klein wenig erhaben und auf mich unwiderstehlich. Ehe ich eine Hand nach ihr ausstrecken konnte, wandte sie sich ab und ging ins Wohnzimmer. Ich folgte ihr und mein Herz sank. Er war da. Hallo, Marc. Ich nickte. Bodo. Er saß auf dem filigranen, schwarzen Sofa, hatte die Krawatte gelockert und hielt ein Weinglas in der Hand. Sein Gesichtsausdruck war von Natur aus eher ernst, ein bisschen versonnen vielleicht, und er redete nie viel. Unter anderen Umständen hätte ich ihn wohl gern gemocht. Er lächelte schwach. Ziemlich heiß für eine Krisensitzung, was? Mhm. Willst du was trinken? fragte Sarah. Ich geh schon. Setz dich. Rauch dir eine, mach Musik an. Komm, so furchtbar kann's nicht sein. Ich ging in die Küche, holte mir ein Bier und machte ihr einen Wodka-Lemon, weil ich ihr einen Gefallen tun wollte. Aber auch musste ich einräumen, um klarzustellen, dass ich derjenige war, der hier Hausrechte genoss und der wusste, was sie jetzt brauchte. Die Flaschen beschlugen kaum, dass ich sie aus dem Kühlschrank nahm. Ich stellte ihren Cocktail vor sie auf den Tisch und setzte mich neben sie auf den Boden. Also. Sie schwiegen beide. Ihre Augen schienen den cremeweißen Teppichboden nach nicht vorhandenen Mustern abzusuchen. Ich streckte die Beine aus und trank von meinem Bier. Schließlich gab sie sich einen sichtlichen Ruck. Es sieht so aus, als hätte ich so ungefähr zwei Millionen in den Sand gesetzt. Dr. Verwerder hat gesagt, ich hab mir nichts vorzuwerfen, fügte sie hinzu. Es klang sarkastisch. Ich wusste, dass diese Bemerkung ebenso gut eine Schuldzuweisung wie ein Trost sein konnte. Er war schließlich auch lange genug mein Chef gewesen. Ich kannte seine Tour ganz genau. Wie wär's, wenn du mir erzählst, was eigentlich passiert ist? Sie verknotete nervös die Finger ineinander. Die Abteilung Sachversicherungen kam vor zwei Wochen mit der Geschichte an. Jemand wollte eine Warenlieferung, Rostschutz, Farben und Speziallacke gegen Diebstahl, Feuer und Vandalismus versichern. Erstmal für 30 Tage. Bis dahin sollte die Ladung planmäßig verschifft sein. Und weiter. Sie trank einen Schluck und als sie nicht gleich antwortete, fuhr Bodo fort. Den Leuten in der Sachversicherung war das Ding nicht geheuer. Der potenzielle Kunde war ein unbeschriebenes Blatt und es ging schließlich um viel Geld. Kurz und gut, sie riefen Verwerder an, ob er die Sache durchleuchten könnte. Er setzte Sarah darauf an. Sie hat das Lager und die Ware besichtigt, die Papiere gesehen, den Kunden gesprochen, Erkundigungen eingezogen. Er schien in Ordnung, sie gab grünes Licht. Daraufhin hat die Secura die Ware versichert. Der Versicherungsschutz begann am siebten um null Uhr. Er legte eine kleine Kunstpause ein. Am achten, so gegen ein Uhr dreißig, ging das ganze Lager in Rauch auf. Vorletzte Nacht lag das Lager zufällig im Neusser Hafen. Sarah zog die Brauen hoch. Erzähl mir nicht, du bist unter die Zeitungsleser gegangen, Malekki. M-m, bin ich nicht. Aber ich hatte den Widerschein eines großen Feuers gesehen, als ich nachts aufgewacht war. Den ganzen Sonntag hat die Feuerwehr die Bevölkerung im Süden Düsseldorfs vor giftigen Dämpfen gewarnt, erklärte Bodo ernst. Und ich war ganz froh, dass meine Kinder das Wochenende bei Ilona in Grafenberg verbracht hatten und ich allein in den Genuss dieser Dämpfe gekommen war. Ich wandte meine Gedanken wieder ihrem Problem zu. Also kaum 24 Stunden nach Beginn des Versicherungsschutzes ist der Versicherungsfall eingetreten. Das meint die Experten der Feuerwehr? Sarah schüttelte den Kopf. Sie haben die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Aber inoffiziell haben sie mir zu verstehen gegeben, dass keine Spuren von Brandbeschleunigern gefunden wurden. Und wenn's ein getürgter Kurzschluss war, wird niemand das jemals beweisen. Und was sagt die Staatsanwaltschaft? Mehr Glück beim nächsten Mal. Ich ließ mir die Geschichte auf der Zunge zergehen. Neutral gesehen war ich geneigt, die Meinung des Staatsanwalts zu teilen. Jemand hatte eine Warenladung versichert und der Versicherungsfall war eingetreten. Soweit kein Drama. Genau dafür sind Versicherungen schließlich da. Und die Secura war ein großes Unternehmen mit jährlich steigenden Gewinnen. Zwei Millionen bezahlten die locker aus der Portokasse. In einem stillen Winkel meines Anarchistenherzens gönnte ich ihnen den Verlust. Vier Wochen hatte ich für sie gearbeitet, nachdem ich auf Bewährung rauskam. Um Sarah einen Gefallen zu tun, um Verwerder einen Gefallen zu tun, um mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Aber es ging nicht. Ich konnte diese Arbeit einfach nicht machen. Krumme Versicherungsfälle aufzuklären, hatte einfach zu viel Ähnlichkeit damit, dubiosen Bankgeschäften nachzugehen. Das hatte ich über zehn Jahre gemacht, sogar einigermaßen erfolgreich. Aber letztlich hatte es meine Ehe zerrüttet, meinen besten Freund das Leben gekostet und mich um ein Haar auf unabsehbare Zeit ins Gefängnis gebracht. Und ich hatte meine Lektion gelernt. Also tat ich mein Bestes, um die Sache so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Ich kam betrunken und zu spät zur Arbeit und benahm mich so schlecht, wie ich nur konnte. Nach vier Wochen setzten sie mich vor die Türen. Wir trennten uns, wie sie es ausdrückten, in gegenseitigem Einvernehmen. Es war insoweit richtig, als beide Seiten gleichermaßen erleichtert waren. Insofern falsch, als Verwerder und ich uns anlässlich unserer letzten Unterredung so verkrachten, dass wir seither kein Wort mehr gewechselt hatten. Mit ein paar Beulen war ich endlich aus einem väterlichen Schatten gekrochen. Dieser Meinung war ich jedenfalls heute. An dem Tag damals war ich allerdings so außer mir, dass ich mein Motorrad vor einen soliden Brückenpfeiler fuhr. Versehentlich natürlich. Der Schutzengel aller Trunkenwolde legte sich ins Zeug. Ich stand fast ohne einen Kratzer wieder auf und niemand hatte zugesehen. Ich konnte die Spuren beseitigen, ehe irgendwelche Freunde und Helfer aufkreuzten. Die Trümmer meiner Goldwing brachte ich in meine Garage, holte mir auf dem Schrottplatz, was ich brauchte, und erweckte sie zu neuem Leben. So war ich in meine neue Existenz geschlittert. Sarah Goldstein war hingegen immer noch auf Karrierekurs, und sie hasste es, wenn damit irgendetwas schief lief. Sie sah mich an, und ihr Blick war beinahe feindselig. Verflucht, Mark, sag doch was! Ja, los, Mark. Ignoriere die Warnung deiner Instinkte und gleite in die alten Denkmuster zurück. Du kannst es bestimmt noch. Das Lagerhaus. Bist du noch mal da gewesen? Gestern Morgen, gleich nachdem ich davon erfahren hatte. Es ist alles verbrannt. Die Rauchmelder haben einwandfrei funktioniert, aber als die Feuerwehr kam, stand schon alles in Flammen. Tja, bei Lacken und Farben kann man auf Brandbeschleuniger getrost verzichten. Man kann auch riskieren, die Brandmeldeanlage eingeschaltet zu lassen. Das Zeug brennt schneller als Benzin. Nein. Du kennst dich mit sowas aus? Fragte Bodo. Ich hob kurz die Schultern. Ich lackiere hin und wieder Motorräder. Und der Typ, der mir dazu die Lackerei in seiner Werkstatt zur Verfügung stellt, hat mir ein paar mal wilde Geschichten erzählt. Er wollte mir klarmachen, dass das eine Sache ist, bei der man wirklich besser nicht raucht. Ich dachte wieder über ihr Farblager nach. Und keiner hat was gehört und gesehen. Nein, es war ja mitten in der Nacht und Wochenende. Ein Nachtwächter einer Spedition auf dem Nachbargrundstück hat die Feuerwehr angerufen, als er durch ein Fenster die Flammen sah, aber da waren sie schon unterwegs. Wem gehörte das Lagerhaus? Einer Reederei. Und bevor du fragst, das Gebäude selber war nicht bei uns versichert. Wohin sollten die Farben verschrift werden? Nach Ägypten. Und euer Kunde? Die Herstellerfirma? Nein. Ein Zwischenhändler. Ich sah sie abwartend an und versuchte nicht zu zeigen, was meine Vorurteile über Zwischenhändler besagten, dass sie sich in meiner Vorstellung nämlich ausschließlich in den Grauzonen, Zwischengesetzen und Märkten bewegten, dass sie die überflüssigsten Kreaturen der Schöpfung waren, die nichts weiter taten, als Käufer und Verkäufer zusammenzubringen und die Preise in die Höhe trieben, damit sie eine umso fettere Provision kassieren konnten. Sie las mal wieder mühelos meine Gedanken. Nicht so, wie du denkst. Er vermittelt Handelsgeschäfte zwischen EU-Staaten und dem Mittleren Osten, aber er tritt oft selber als Käufer oder Verkäufer ein. Er hat Kapital. Der Lagerbestand gehörte seiner Firma. Im und Export, dachte ich ironisch. Er ist Araber, klärte Bodo mich auf. Hassan Rashid. Sarah wollte einen Schluck trinken, aber ihre zittrigen Finger stießen das Glas um. Wodka-Lemon ergoss sich über den Tisch, tröpfelte auf den Teppichboden und die Zitronenscheibe rollte wie ein Hula-Hoop-Reifen unter das Sofa. Ich stand auf, holte ein Tuch aus der Küche und versuchte, die Flüssigkeit auf dem flauschigen Velour aufzusaugen. Reg dich nicht auf, hätte Rotwein sein können. Sie lächelte angestrengt. Bodo zückte ein lupenreines Taschentuch und wischte über die gläsernen Tischplatte. Ich sah ihn an und erwischte ihn dabei, dass er mich neugierig und vielleicht abschätzend betrachtete. Er hatte mir gegenüber noch nie den geringsten Unwillen oder gar Aggression gezeigt. Er war ein zurückhaltender Typ. Blond, sportlich. Und er hatte eine Art, langsam und bedächtig zu reden, die Vertrauen erweckte. Solide wie eine hundertjährige Eiche. Ein Typ, auf den man sich verlassen konnte. Und ich war sicher, er kannte seine Vorzüge. Vermutlich hatte er sich ausgerechnet, dass er nur lange genug ausharren musste. Irgendwann würde sie endgültig genug von mir haben. Es konnte nur eine Frage der Zeit sein. Aber jetzt erkannte ich, dass es ihm weitaus lieber gewesen wäre, sie hätte mich nicht angerufen. Er steckte sein klebriges Taschentuch ein, trank seinen Wein aus und beugte seinen langen Oberkörper zu ihr herab, um sie auf die Wange zu küssen. Ich muss los. Sei nicht so geknickt, Sarah. Wenn irgendwer sich diesen Flop leisten konnte, dann du. Und außerdem wäre dir glatt zuzutrauen, dass du dem Drecksack die Geschichte nachweist. Sie seufzte, aber sie war besänftigt. Dafür bräuchte ich ein Wunder. Danke, Bodo. Ich find schon hinaus. Macht euch einen schönen Abend. Er lächelte mir zu und ich lächelte unwillkürlich zurück. Wenn ich ihn vor mir sah, fand ich mich immer völlig entwaffnet. Es war nachts, wenn ich allein war mit all meinen Gespenstern, dass ich ihn hasste und ihm die Pest an den Hals wünschte. Als die Tür ins Schloss fiel, nahm ich ihre Hand. Wirklich. Du kannst nicht jedes Mal denken, es sei deine Schuld, wenn die Sicura zahlen muss. Aber Verwerder denkt, dass es meine Schuld ist. Ich weiß es. Er ist zu gerissen, um weniger von seinen Leuten zu erwarten als sie selbst. Das wäre Kapazitätsverschwendung. Sie nickte unwillig, befreite ihre Hand aus meinem Griff und zündete sich eine Zigarette an. Trotzdem, nächsten Monat wird in der Transportversicherung eine Abteilungsleiterstelle frei. Ich hatte mir echte Chancen ausgerechnet, aber nach diesem Fiasko… Erzähl mir, was du über den Lagerbestand weißt. Wie er aussah. Sag mir alles, was dir aufgefallen ist. Mach die Augen zu und versuch, dich zu erinnern. Sie sah mich kopfschüttelnd an, stand auf und geisterte ein paar Minuten herum. Sie legte Tori Amos auf, leerte den Aschenbecher, holte sich ein Glas Wasser, schloss die Lamellen an der Balkontür. Dann setzte sie sich wieder zu mir und erhob keine Einwände, als ich mir einen ihrer Füße schnappte und ihn auf mein Bein legte. Ich bin nicht sicher, ob ich will, dass du dich in diese Sache reinhängst, Marc. Ich war auch nicht sicher, ob ich das wollte. Was sagt denn der weise Dr. Verwerder zu der Frage, was du unternehmen sollst? Er sagt, ich soll nicht mehr dran denken. Berufsrisiko. Man könne nicht immer gewinnen. Blablabla. Er muss es wissen. Ich erinnere mich an ein paar Gelegenheiten, wo sie ihn und mich an der Nase herumgeführt haben. Und wir haben es genau gewusst, aber wir konnten nichts machen, weil wir es nicht beweisen konnten. Manchmal sind die Indianer eben schlauer als die Kavallerie. Und was diesen Fall hier betrifft, gilt wohl die Regel, dass der einfachste Plan immer der genialste ist. Trotzdem, ich würde mir das Schwein zu gerne schnappen. Hatte ich wirklich gehofft, sie würde mich wieder vom Haken lassen? Dann lass uns mit dem anfangen, was wir haben. Gib was zu schreiben und wir stellen die Fakten zusammen. Sie angelte einen Block und einen Filzschreiber aus einer Schublade und reichte sie mir mit ironisch erhobenen Brauen. Glaub lieber nicht, dass hier wäre eine Untersuchung unter deiner Leitung und du könntest mich wie früher rumkommandieren und mir die Hand langer Drops aufheisen. Ich ließ die Hand mit dem Stift sinken. Das habe ich nie getan. Sie verzog spöttisch den Mund. Los, bleiben wir bei den Fakten. Und wenn Sie die Handeln entlang der Leitung gesinnt. Untertitelung des ZDF, 2020